Hey, ich bin Cheilas, du... Scheiße. Fuck. Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play... Ja, dieses Spiel halt hier. Genau, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Wie heißt das? Minecraft. Ja, genau, Minecraft, glaube ich, heißt das. Ich glaube auch. Ja, auf jeden Fall zu... Willkommen zu Let's Play Minecraft, ja. Zusammen mit... Mit einem simplen Typen. Genau. Yeah, was geht ab, was geht ab. Oh mein Gott, was geht ab. Wer öffnet die Truhe? Wer öffnet die Truhe? Ich mach's auf. Simple Boy! Mach's auf, mach's auf. Nein! Was? Domino Pfeil? Domino Pfeil? Domino Pfeil? Domino Pfeil? Domino Pfeil halt. Verzauberter Boomerang. Was? Verzauberter Boomerang. Weißt du, ich denke mir so, ja, geil. Er ist gebrochen. Minus 31% Schaden. Minus 20% Rückstoß. Ja, wahrscheinlich safe oder? Alles klar. Wurfmesser. Ey, wahrscheinlich übel safe hier. Wurfmesser. Noch ein bisschen kacke. Goldsruhe. Wollen wir? Ja, ja, ich nehm die mal mit. Ist hier ganz geil. Ist hier oben eigentlich? Smorakt. Alles klar. Was ist das eigentlich? Ist das so ein Pisser? Ich glaub das ist Gary. Okay. Sieht aus wie eine Schnecke. Alter! What the fuck? Ich glaub die macht gut schon. Eigentlich wollten wir nochmal Eifer von Cthulhu machen. Cthulhu. Ne Cthulhu. Ja, wollten wir nicht machen. Aber jetzt ist, jetzt ist die Höhle da. Und jetzt. Keine Ahnung. Sie war ja auf einmal da. Ja, sie war da und dann. Und dann. Ja, wir konnten auch nichts machen. Achso. Kann nicht immer. Warte mal. Schau mal auf die Map. Wir sind jetzt irgendwie wieder. Siehst du das? Bei diesen. Dings hier. Wie heißt das? Granit. Äh. Äh. Irgendwas. Warte fuck. Äh. Ne. Sie nicht. Kein Granit. Du musst auf M. Also mit M schauen. Dann bisschen raus scrollen. Und dann siehst du links. Das ist angrenzt. Siehst du es? Achja. Ja. Wenn wir noch ein bisschen nach unten gehen. Dann sind wir in der alten Höhle. Ja. Ja genau. Also wir sollten wieder rechts und. Und. Mit den Mienkern vielleicht. Äh. Rechts fahren. Äh. Vielleicht ganz nice. Also ich bin eher nicht rechts gesinnt. Sondern eher so ein bisschen. Oh mein Gott. Bin jetzt rechts radikal. Aber. Okay für dich. Können wir schon. Können wir schon wissen. Rechts sein. Oh nein. Ah. Salamander. Hallo. Wie der klingt. Alter das Geräusch einfach. Das Geräusch. Ähm. Klingt wie meine Freundin. Im Bett. Oh scheiße. Mann. Ich hoffe sie sieht das nicht. Okay. Ich glaub das. Ey fuck. Aber das ist. Das ist aber ein guter. Guter. Also ich kann gut prüfen. Ob sie dann die Folgen sieht. Ja. Weil sie wird sich dann. Wird mich das nächste Mal schlagen. Wegen sowas. Aber. Das glaub ich auch ja. Alter. Ich sage auf jeden Fall nicht. Also ich. Ich sage auf jeden Fall nicht. Dass ich. In dieser Folge irgendwas gesagt habe. Okay. Wenn sie dann auf einmal kommt so. Ey. Ey du. Ich. Verkauf deine Mutter oder so. Dann weiß ich das. Ähm. Ja. Dass sie es angesehen hat. Also. Gute Strategie. Genau. Aber nur wenn sie sagt. Dass sie deine Mutter verkauft. Sonst nicht. Ich meine. Es gibt nur einen Weg wie sie reagieren kann. Ne. Jawohl. Das würd ich nie sagen. Sie liebt meine Mutter. Doch. Also. Du liebst langsam wieder. Plus 2% Schaden. Nice. Niese. Okay. Was kann ich denn austauschen. Zeig die Tiefe an. Was brauche ich denn so'n Scheiß man. Das ist. Voll praktisch. Ja ich weiß. Was äh hast du. Was hast du denn bei deiner Taucher Uhr. Ja. Ähm. Plus 4% Bewegung. Tempo. Ah okay. Ich auch. Ich dachte vielleicht hast du. Hast du ein bisschen. Warte mal. Nein. Das ist jetzt nicht wahr. Ich hab gerade. 1337. Also 1337 Pfeile genau. Alter. Ich muss. Es ist einfach. Warte. Nein. Ich hab ihn weggeworfen. Ja. Dann bekommst du jetzt nicht wieder. Ich wollte schreiben. Pro Gaming. Kon. für. Ah ja. Ja. Der Sehnenbogen. Egal. Ja. Gib mir jetzt meinen Scheiß Bogen. Nimm mal. Also. Okay. Auf jeden Fall. Ich würde mal sagen wir gehen jetzt ein bisschen weiter. Alter. So. Präfer. Äh. Ich präferiere jetzt nicht in Nähe von Simples zu gehen. Aber. Okay. Warte. Komm her. Nein. Nein. Warte. Warte kurz. Wir regeln das jetzt auf einer anderen Tour. Wir regeln das jetzt auf einer anderen Tour. So. So oder? Nein. Nein. Mann. Alter. Oh shit. Oh shit. Das war knapp. Das war knapp. Ich hab dir eh deinen Bogen wieder zurückgegeben also. Ja. Ich hab aber nicht meine. Ja. Was. Äh. Sorry. Ich kann dich nicht hören. Äh. Ich glaub. Äh. Ich geh mal hier rüber. Lass uns jetzt weiter hier runter gehen. Okay. Ach ja. Ähm. Haben wir in der letzten Folge das Wort gesagt schon oder? Schon oder? Ja. Haben wir. Ja. So haben wir das gesagt. Äh. Was hab ich denn jetzt bekommen? Orange Blood Atten Ruh. Äh. Ich glaube wir haben das in der letzten Woche äh. Äh. Folge gesagt ja. Ja. Okay. Warte. Dann können wir auch gleich in dieser Folge. In dieser Folge das Wort. Scheißen Wurm. Ja genau. Ähm. Ich muss mal kurz auf mein iPhone. Ja ich hab ein iPhone. Äh. Moment so. Warte 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 warte. Äh. Viertes Wort. Ja. Oder? Und zwar ist es eine. 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 Oh nein. 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 Ey ich komme. Ich komme. Keine Angst. Yo. So. Okay ich hab. Ah ich hab noch ne äh. Tauchuhr bekommen. Und jetzt nochmal plus ein prozent abwehr. Ich glaub die. Also plus ein prozent. Plus eins abwehr. Okay. Nice. Ich bin jetzt auf jeden fall wieder im alten. Gebiet. Wo wir halt waren jetzt. Ah ja genau. Da wo die Dings hier spawnen. Ah die Hoplitz. Wie hießen die? Hoplitz. Ich sag immer Hoplitz. Keine Ahnung. So was ja. Ja komm lass uns wieder zurück gehen. Ich wem noch 6 Auge von Chutulo da. Hey ich bin scheinbarst du. Scheiße. Ähm. Okay. Wir müssen. So was. Ey fuck man. Sorry. Ähm. Was machst du hier? Ich stehe hier grad so in mein Auto drin. Ich bin mein Cruiser. Ich bin mein Cruiser. Ich bin mein Cruiser. Ich bin mein Cruiser. Ja komm lass uns einfach äh. Wieder. Auf diese Seite gehen. Bevor ich wieder das Wort sage. Und du mich irgendwie. Ja. Mit falschen. Äh. Ey komm. Lass uns einfach gehen. Lass uns einfach gehen. Obwohl ich es nicht sehe. Lass uns einfach. Oh mein Gott. Ich. Ich schwöre mich. Ich schwöre mich. Ich schwöre mich. Ich schwöre mich. Jungs. Ich schwöre. So. Oh mein Gott. Das sieht so richtig groß aus hier. Alter. Ich glaube da unten. Ich glaube da unten ist was. Ey. Aber. Oh mein Gott. Ich sag doch da ist was. Pfeiffer. Ich brauche das mal ab. Alter was ist das? Oh man. Ich fühle mich nicht stolz. Weil hinten mein Name genannt wurde. What the fuck was ist das? Was? Achso. Ah. Nymphfe oder so. Hier hat unten Nymphen und äh. Das ist ein Schleim mit dem Trank. Äh. Intus. Alter. Was ist das? Ja. Ich hab's gesehen. Höhlenforscher Trank. Warte. Gehen wir mal. Gehen wir mal ganz kurz hier noch rechts rüber. Nein. Ich bin in einem Dings mit Piranhas. Okay. Alter. Alter. Hey. Ey. Hier ist ein Skeleton. Nein. Hier ist schon wieder eine Truhe. Alter. Was. Was ist los? Nein. Pin down. Nein. Nicht dein Herz. Der unten ist dein Herz. Okay. Lol. Hier ist so ein. Hier war so ein äh. Fuck. Ich hab keinen Platz im Inventory. Nein. Nein. Ich muss was wegwerfen. Ey. Ähm. Hier. Pilzstatue. Ey. Ich hab ne Wolken an der Flasche bekommen. Alles egal. Ey. Das ist doch. Das ist doch geil. Ich sortier mal hier so ein paar Sachen ein. Ganz schnell. Soll ich zurückkommen? Dann machen wir den Boss. Achja. Ja. Das glaub ich wär nice. Ja. Das wär egal. Du kannst sowieso. So schnell zurück. Dann können es. Ja. Ich muss ja nur noch. Mann. Ich weiß nicht was ich wegkauen soll. Oder soll ich das Herz und so noch holen? Wer eigentlich? Ja. Das ist doch rechts unten. Aber pass auf. Da kannst du nachher dann falsch ansterben. Tö. Okay. Tö. Tö. Oh. Ich. Oh. Oh. Alter. 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 Der ist schon wieder so. Was ist das? Ey. Ich hab Angst vor diesen. Boah geil. Das ist voll ne geile Statue. Warte den muss ich abbauen. Was ist das für? Königsstatue. Oh yes. Ne. Ich hab keinen Platz. Ich muss immer was wegwerfen. Noch ne Truhe. Oh mein Gott. Nein. Ich hab alles überschwemmt hier. Das kann. WTF. Flaggern. Was ist das für ein. Das ist schon wieder als. Oh sieben. Das ist schon wieder als überschwemmt. Mann. Ich hab grad nen Dings bekommen. Beruhig dich. Flägern. Ich weiß zwar nicht was es ist aber. Alter. Ich hab das. Äh ist es so. Ist die golden. Golden. Ja. Also du meinst wie sie aussieht oder? Ja. Vielleicht meinst du den Text oder so. Also kennst du die schon? Ja sie ist golden. Ja. Das. Kennst du die Leuchtdingens da? Ja auf jeden Fall. Ja genau die. Ich hab das ist das. Quats. Ja. Weißt du wenn du gestrandet bist und dann hast du so ne Leuchtkugel. Weil du mit anderen Leuten. Andere Leute wissen was los ist. Ich schieße in die Luft und dann. Ach so. Ja ich hab sogar so Munition bekommen. Ja genau ja. Achja ähm. Wir sollten jetzt ähm. Vielleicht ein neues. Neues Zimmerchen bauen. Weil ich hab irgendwie das Gefühl dass jetzt. So ein Typ einziehen wird. Der das. Äh. Der sich dafür interessieren wird. Also Waffe in der Titel sein weil du nur Waffe hast. Okay. Und wir haben jetzt keine Zimmerchen frei. Ich. Okay. Dann müssen wir. Nur noch hier unten. Okay. Dann müssen wir dann noch eins bauen. Aber ich geh noch kurz hier rauf. Weil. Äh. Ich probier noch was zu bekommen. Okay. Bevor ich mich. Zurück porte. Weil es ist ziemlich nice momentan. Okay. Aber. Äh. Die Folge ist glaube ich dann mal aus. Aus. Und was du kommst jetzt gerne. Äh. Äh. Die Folge ist aus. Okay. Dann würde ich sagen. Ja bald oder. Ich bin mir nicht sicher. Ist es jetzt schon. Also mein Timer ist auf 45. Okay gut. Ich weiß nicht. Ja ja. Bei mir auch. Ja aber. Ja okay. 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 Dann würde ich sagen. Äh. Wer ist das mit dieser Folge. In der nächsten Folge werden wir. Werde ich noch ein bisschen hier rum. Alter. Was ist das denn? Schon wieder so ein. Skeleton. Der sieht. Oh mein Gott. Der sieht aus wie so ein. Kompletter Mongo. Alter. Äh ne. Wir werden in der nächsten Folge. Werde ich noch ein bisschen in der Höhle sein. Und. Äh. Dann werden wir nochmal. Einen Boss machen. oder sechs mal. Und. Äh. Noch andere Sachen. Die Pflegern auf jeden Fall ausprobieren. Oh mein Gott. Und. Ja dann würde ich sagen. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Das war's jetzt. Warte 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 warte. Ich hab grad. Probleme. Du hast immer Probleme. Außer das generell. Alles klar. Das ist nice. Wir beenden bevor. Ich werde dauernd hier. Von. Von. Von WC angemacht. Ich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.